So, Beutegeld. 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 Schauen wir mal. Ähm, wir kommen über Militärpasses runter. Ja, gehen wir runter. Da sind ja die Zelte. Dann gehen wir Richtung Zelte. Ich gehe rüber, Zelte. Ja, das war's. Ja, das war's. Okay. Ja, das war's. ich habe eine kiste so da räumst du aus ja da ist aber nur so eine wie nennt sich die mobile deckung drin so gehen wir hin ich bin doch hier drüben in dem haus ja ich komme rüber ich habe ja auch eine kiste gehen das kleine haus nebenan ok muss erstmal panzerplatten reinstecken oben die container oben bei den anlagen ja da waren wir gleich hier unten machen ich auch rucksack habe ich eine ak ist hier trophiesystem ak habe ich okay habe ich auch ich behalte ich behalte meine ak wo ich habe ja auch geh hoch ich gehe rüber ja eine kiste schön asche aber eine platte habe ich das bin aber nicht ich oder kohle kohle das bist nicht du willst du verdienter verdient gerade die anzeige hier knerz habe ich bieten brauche ich jetzt nicht ich habe wohl so können wir noch hin und die feuer war da ja hier ist ja auch noch ein bisschen ja die du doch mal rein ich gehe mal auf den wachtturm kiste brauchst du so ein selbstheilungskid ja da habe ich ja als oder mobile deckung ja die habe ich okay was haben wir haben haben wir so ein transport ding hier haben wir nicht jetzt sind wir unten bei der feuerwache gibt es hier ein helipad weißt du das ist noch keins freigeschaltet äh ja im superstore ist der kingpin ist oben bei quader also ich glaube am fluss ist auch so ein helipad da hat ja die werden aber gleich erst freigeschaltet das ist ja das problem wie viel hast du ich habe 46.500 ich habe 144.000 154.000 wenn wir unter die top 10 teams sind du hast 59.000 ich habe 55.000 so das ist die gesamte team das gesamte team ne ja ich habe einen rucksack was kann man mit dem machen hast du einen rucksack ja was geht mit dem also ich mal zu dir kommt was hast du hast auch zwei rucksäcke war ich weiß ich nicht habe ja ach ja tab und wo sehen das weiß ich jetzt nicht die brauche ich das ist stadt schützen position die brauche ich die brauche ich nicht brauche ich auch nicht und das brauche ich auch nicht er hat 47.000 er geht jetzt hinten weiter hier ist ein fahrzeug habe ich hier wo willst du hin ich würde sagen erstmal nach oben zu den häusern nach oben ja da vorne zu den häusern ich kann nicht einsteigen wir können hier nur auf die ladefläche ja das geht jetzt nicht ok los geht's scharfschützen munition habe ich voll hier sind noch panzeratlatten ich habe hier oben mine und so wieder mobile deckung scharfschützengewehr unsere platten aber ja auch genug glaube ich schon geld das hier ist das letzte haus im ende vom tal also scheiß ballon ich meine das haus da oben so bei uns mit rennt macht ja wenigstens mit er sammelt auch geld ja ja richtig macht ja bei dem modus wie gesagt sind hier ist eine legendäre waffe wer kann er die gebrauchen ich weiß es nicht ich habe eine kiste ich habe jetzt auch ich habe jetzt ich habe hier drüben kommst du da hoch mit welchem ding ich fahre hier drüben kommst du hoch ja 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 okay go ja 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 ich bin ich höre sie macht ja so geräusche ne ja haha ich hab sie transportballon haste ja na komm dann lass uns die scheiße ranhängen ja 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 ich glaube ich da ja 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 ich bin ich habe kein geld mehr ja ich bin ich habe kein geld mehr ja und tschüss ich bin mit dem Ich werde mal da hinten hinfahren. Wir sind schon, weil wir hier stehen. Ich muss riskieren. Okay, ich halte an. Halt an! Munition für MG. Ja, die Kiste ist leer bei mir. Ich habe noch eine. Ja, das Haus steht offen. Noch kein Ding ist offen, ne? Kein Sparschwein. Doch, hier unten. Sind doch schon welche, oder? Ja. Aber lass uns immer hier noch. Okay, wenn, dann fahre ich das Sparschwein da drüben an. Ich ping es mal an. Lass mal die Sachen in Sicherheit bringen. Ich fahre. Na los. Wir sind unter dem Top 5, Alter. Ops. Da sind wir hier. Einer ist noch da. Ja. Ich habe ihn. Hast du ihn? Gleich. Sauber. Komm. Geld weg. Also. Ach. Iss. Ach. Mach. Ich fahr. Die Kohle ist safe. Ja. Der hat noch goldene Waffe hier. Da habe ich hier. Ah, super. Boah! Schuss! Hab ihn. Bist verletzt. Geht bei mir noch. Der war oben auf dem Berch. Ja, hat mich, hat mich. Ich krieg zurück. Ah, bin tot. Habt noch Geld safe. Der ist da oben, wo ich lag. Der will wahrscheinlich sein Kumpel holen. Ich sehe es in... Ich hab wieder zwölf Sekunden bis zum Wiedereinstieg. Komm wieder rein. Ah! Ach, es wird überleben, ja. Wüsste ich sein. Oh! Ah, unten am Haus liegt die. Bin schon wieder tot. Neben dir, rechts. Ach, der Diegel ist getohlt. Ja, Geld hat er bei uns nicht gekriegt. Ne, das haben wir weggeschafft, Jungs. Ja. Lass uns woanders hinfliegen. Ja. Ja. Unten Richtung Bord irgendwo. Ich guck grad nach. Irgendwo Richtung Park. Oh, wo bist du denn jetzt hin? Oh, wo bist du denn jetzt hin? Markiert, gelb. Na ja. Geldrandspot kommt rein. Beobacht mal, wo der Runde geht. In der Nähe vom Port. Ja. Ich bin auch in der Luft. Ich flieche die Richtung. Okay, mach das. Ich geh mal hier ins Gebäude. Hier waren schon welche. Ich zieh nach. Ich bin gerade bei dem Ding. Bei dir kommen aber Schüsse ran. Nein. Oh, kommen viele Vollschirm rein. Einer auf jeden Fall beim Gulag oben. Ja, und ein Hubschrauber ist da oben. Brücke fort. Ich bin markiert. So ne Scheiße. Weißt du, wo das Geld ist? Ich bin wieder auf dem Bein. Ich hab das Geld eingesackt. Ich hab jetzt gerade bei 75.000 unter der Tasche. Und noch mehr. Da vorne ist ne Sparsau. In 216. Komm zu mir. Wir gehen hier durch den Wald. Da vorne ist ein LKW. Ich hol dich ab. Äh, ich bin hinter dir. Ja, ich hol dich ab. Ich fahre. Los geht's. Ich bin wirklich noch auf der Ladefläche, ey. Dann kommt mir nicht durch. Scheiße. Pestgefahren. Raus. Komm. Scheiße. Ach. Und dann. Bleh bliegen. Hier ist es schade. Alles okay. Ah. Ich hab das gestaltet. Hydraa. Drecksau Unser Kumpel ist hier, ne? Ja, der war zu langsam Der macht man am Tag den Deckel hoch Ah, dann gehen wir trotzdem hin Bei solchen Heli-Pets ist immer beliebt Ja 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 Scheiße Ey, jetzt komm hinter die Tankstelle, bitte Einen hab ich erwischt, komm Ja, ich lieg hinter der Tankstelle Komm, ich komm, ich komm Ah, bei unserem Kollegen ist auch einer Ja, der kommt, der kommt, der kommt Oh, hinter uns, Licky Die Tankstelle ist sehr beliebt, merkst du das? Ja, ja, ja Ah Lass uns mal Damm gehen Wenn wir springen Ja, da rauskomme ich die andere Frage Sehen wir gleich Wenn nicht gleich Fallschirm auf und erstmal da hoch segeln Okay, Fallschirm auf Ja Da kommt ne Geldlieferung direkt vor uns rein Du wirft den ab, beim Airport Siehst du den roten? Ja Der wird aber gleich gelöst sein Obwohl hier ist auch vor mir, genau vor mir ist ein grüner Ja, ich seh die grüne Ja, lass uns mal den nehmen Da ist aber nix mehr Ist nix mehr Von oben bei der Mine Wo bist du? Ach, du bist da unten Ich bin hier oben im Wald Ich bin hier oben im Wald Der kommt grad erst runter, die Geldlieferung bei dir Okay Hallo Hallo Servus Ich versuch mal zu holen Komm eine mit nem Quad hier an Ich hab's gesehen Ich hab einiges Ich hab einiges Und Sniper hab ich hier Ah, die haben mich scheiße Ich hab das ganze Geld gehabt Schein Verloren haben wir 37.000 Ich hab auch jetzt nochmal 96.000 auf der Hand Geh Richtung Sparschwein Das müssen wir erstmal sichern jetzt Die Bank hat geöffnet Markierst mal auf der Map Hab ich schon Dahinten, ja Ich geh auch dahin Auf dich wird geschossen, kann das sein? Nee, nee, nee Aber ich glaub hier oben sind wir ja Ja Bonus runter Anderthalb Geld Mehr Beste Steam Nein Hahaha Ich hab hier oben einen Plünderer, den hol ich mir Ah, ich hab hier oben einen Plünderer, den hol ich mir Ich hab einen hinter mir Ich hab einen erwischt Blünder ich Blünder ich Boah Hahaha Ich hab noch einen Hahaha Ich hab noch einen Wir haben gleich die Million Ich muss bloß das Geld wegkriechen Willkommen im Club Ich darf das jetzt bloß nicht verlieren ey Ah, ich hab einen Sniper hier, ich seh'n Ich hab ihn Ich hab ihn erwischt Ich hab ihn erwischt Ich bin hier oben Ich seh's, hier ist eine Ballerei Ich hab's markiert Oh, Lüchte Wir haben's Eine Mille Kann das sein, unten? Ja Wir sind eigentlich auf Null Was wir jetzt sammeln, ist alles Bonus Das Spiel ist in 13 Sekunden aus Glaube ich gewinnen Feindliche Drohne über uns Feindliche Drohne Ey Richtig 1,46 Geilo Geil Sauberst Hahaha 23.000 EP gemacht 26.700 Ja, ich hab ein bisschen weniger, obwohl ich eins mehr geplündert hab Ja Hahaha Schöne Sting Hallo, da geht doch jetzt Hallo, da geht doch jetzt Ja, ich hab ein bisschen mehr geplündert hab